Wenn ich zur Luft komme, geht die kleinstkleine Geschichte zum Aufwärmen. Zwei Gründe, ich habe vorhin erwähnt, das atletische Aufwärmen soll schon eine kleine taktische Komponente haben, beziehungsweise die Aspekte motorisch anträgern, die wir aus der Offensivsicht, wir reagen nur auf ein optisches Signal, das war ich, der Zentrumsläufer, außen der ist nachher vielleicht der Flankengeber, nämlich hier den Triggerpunkt zu haben, bei dem Richtungswechsel dementsprechend reagieren kann.